Sie sind ein Familienunternehmen mit rund 270 Mitarbeitern. Sie sind deutschlandweit einer der größten privaten ambulanten Pflegedienste mit einem besonders umweltfreundlichen Fuhrpark. Sie gehören wie im letzten Jahr zu den Siegern. Sie sind Gewinner des Grüne Flotte Awards 2012 in den Kategorien Niedrigster Durchschnittsverbrauch und Größter Anteil umweltfreundlicher Fahrzeuge des VW-Konzerns, jeweils bei Fuhrparks unter 150 Fahrzeugen. Pflegeteam Wendland